das ist kühlflüssigkeit antifreeze okay wie können wir die kontrollieren von der seite kannst du sagen in russisch in russisch kontrollieren überprüfen wir den ölstand dafür ziehen wir den stab raus wischen wir ihn ab stecken ihn wieder rein und ziehen wieder aus dann sehen wir mini maximum es sollte in der mitte sein мы должны вытащить щуп очистить его установить его обратно опять вытащить и посмотреть на его конце количество масла которое не должно превышать максимальный предел и минимальный wo füllen wir das motoröl nach da genau sagt die frage was ist hier drinnen scheibenwischwasser ein reiniger wasser und im winter frostschutzmittel was ist das batterie batterie was ist das das ist die bremsflüssigkeit oder das bremsöl dann kommt er dass dann tormody code man